Moin Moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Natürlich wie immer mit dem DigiGamer. Moin Moin. Und mit mir. So, wir sind jetzt in der Fluchküste. Somit die letzte Karte, wo großartig was zu erledigen ist. Danach ist es noch Kleinkram. Ja, langsam ein Entspurt, wa? Ja, so, jetzt wollen wir hier mal runter. Das Wasser. Und hier etwas südlich dem Weg folgen. Hoffentlich ist hier super, mega, duper, oh, da unten ist eine reichhaltige Mithril-Ada. Ne, der super, mega, duper, mega Lodon ist immer noch da. Ja, jetzt schwimmt der woanders. Oh, da ist der Champion. Eigentlich will ich mich mit dem nicht anlegen. Aber ich hätte gerne die reichhaltige Mithril-Ada. Oh, ich glaube, da habe ich mir ein paar Freunde zu viel angelacht. Wenn du dir den Champion nicht anlachst. Nee, nee. Oh, Hilfe, Hilfe. Scheiße. Eventuell kann ich dich gleich auch wiederbeleben. Du bist down, wiederbeleben. Okay. Stehst wieder. Du musst ja auch immer erst abbauen und dann, ne? Jo. Nee, den habe ich geschafft. So, so etwas Abstand, da kommt nämlich großer Fisch. Okay, er scheint dran vorbei zu schwimmen. Wo ist noch ein? So, wo war jetzt die Mithril-Ada? Da oben ist noch ein Veteran. Und hier hinter. Okay. Ah, da. Wir wollen doch nur ein bisschen Mithril. Lass uns doch einfach. Natürlich, ich brauche jetzt eine neue Spitzhacke. Ach, kann ich nicht im Kampf. Ach, so. Jetzt nochmal. R.E. Okay. Dann gehen wir hier oben doch mal hier hinten an Land, falls es geht. Nein, nicht wirklich. Aber er sollte uns nicht außerhalb am Land dann nicht mehr verfolgen können. Ja, hier oben geht's hoch, glaube ich. Ja. Hier ist so eine... Hier ist auch ein Fertigkeitspunkt. Ich glaube, den wolltest du auch noch haben, ne? Ja, genau. Das ist unser erstes Ziel. Rätselhaftes Ei. Und was schlüpft daraus? Mehrere Schildkröte. Mit kleinen Kiddies. Einiges hier an. Ich glaube, das ist, habe ich. Oh, ich kümmere mich ein bisschen hier um einen kleinen Schuss. Ja, hat aber auch eine harte Schale, das Vieh. Oh, ja. Wäre es auch eine Schildkröte, ne? Und da hinten kommt schon unser Fischkumpane hier. Ah, er dreht wieder ab. Sehr gut. So, habe ich jetzt hier noch irgendwo... Ada gesehen, genau. Gibt es da drüber? Ne. Hier drin. Hier oben. Ich sehe keine. Die wird unten angezeigt. Ja. Jetzt hier. Da. Ja, bestimmt ein Bug im... Design, das sich hinter dem Felsen verbirgt. Felsen, ja. Na ja. Jetzt nochmal eine kleine Schildkröte. Jetzt sind Sie, Tangen. So, und jetzt... Genau, du bist schon... Ich bin schon richtig... Ich bin schon richtig... Ich bin schon richtig... Wie ein dafür, aber noch ziemlich gut treffen. Oh, ja. Ach ja, dieses Gebiet, wie ich es nicht vermisst habe. Ah, hier sind die Gegner ein bisschen stärker. Na, nicht unbedingt wegen stärker, sondern wegen... Hässliches Gebiet. Echt einfach nicht schön. Oh, nein. Oh, nein. Ach ja, das wird нов sein. Ach, diese Ollen. So, hier. Mach ich mal ein Wirbelwind. Geht auch. Schon wieder verdrückt. So. Außenrum, hier. Hier hinten geht's weiter hoch. Ah, Pilze springen. Geht auch. So, hier. Yep. Oh, oh, oh. Was macht hier diesen... nennenswerten Brandschaden? Da oben ist er. Ah, ging doch. Ja, der Weg ist nicht schwer. Nö, das stimmt. Warte, haben wir das Schiffchen. Die Costa Concordia. Ja. Wo wird stehen. Von der Größe kommt hin, ne? Ja. Und nach dem... Seemann technischen Geschicht... Angeschickt sollte das auch passen. Ja. Müsste noch ein bisschen auf der Seite liegen. Also das jetzt. Ja. So, jetzt können wir hier mal probieren. Links weiter. Okay. Wo willst du ins Wasser? Dann gehen wir halt ins Wasser. Nicht am Strand zerschellen. Danke. So, ja. Da ist jetzt nächste Sehenswürdigkeit links bei dem Krenzschrein. Ja. Aber noch geht's hier nirgendwo hoch. Hier ist ein Strand. Ein Strandabschnitt. Sieht aus wie wir auf dem D-Day. Danach. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass etwas weniger Untote an Oklahoma Beach gewartet haben. Ja. Es sind alle umkämpft, aber man kann sich ja trotzdem mal nähern. Jetzt sind wir darauf entwartet. Ja. Ich bleib doch mal stehen. Wir müssten jetzt eigentlich sowieso erst mal südlich, weil da ist... Oh, da hast gleich Freunde reingeholt. Jupp. Ich kann die Kraft erwähnen, spüren. Also... So. Den müssten wir rein theoretisch freikämpfen. oder wahrscheinlich den noch weiter südlich liegenden was macht das da fügt alle drei sekunden schaden zu natürlich unschön marke ist wie viel solange ich mich gegen anheilen kann ist in ordnung da hinten ist auch eine weg marke ich glaube die sollten wir als erstes ja ich brauche sammelwerkzeug es ist ja furchtbar ist das ich verdrück mich immer aber zumindest haben wir hier so ein bisschen begleitschutz ja wo es kommt was geht denn jetzt hier immer mehr ja ein paar leute also die freikämpfen wir banner der stärke ich super oder haben sie gerade erst weil du kannst jetzt hier den fertigkeitspunkt glaube ich hier ist auch noch ein banner der stärke ja fertigkeitspunkt den hole ich mir gerade mal und vom bogen vom bogen so jetzt frage ich mich nur genau dieser blöde also das gilt ja auch noch als umkämpft wenn normalerweise steht da eine das müssen wir mal ein bisschen erstmal weiter laufen ja und wir laufen ja genug leute rum dumm ist alles voll wir haben jetzt zumindest die weg marke das ist so und du siehst auch noch die andere sehenswürdigkeiten auf der karte das wäre jetzt so das nächste nächste ziel ok das wird diese staat oder sein ja ok oder ist ein tor ihr auch rechts sehr schön Okay, das ist freigekämpft. Ich frage mich, was gemacht werden muss, damit etwas nicht mehr als umkämpft gilt. Tja, normalerweise steht ein Dattel da vorne, bei dem Tempel, ist ein Tempel da unten. Ja, genau, und den hätte ich auch gerne. Ja. Denn, liebe Leute, ich will tatsächlich mal was an anderer Rüstung ranholen. Ich kann nicht mehr hier den zusammengeschusterten Scheiß. Ich fühle mich, als hätte ich bei Kick eingekauft hier, dem, was ich habe. Bist jetzt was Nobles, wa? Ja, ich gehe jetzt mal zum Herrenausstatter hier, oder Damenausstatter. Ein paar Netzstrumpfe. Tja vu, wa? Ja. Vielleicht muss das auch mit einem Event gemacht werden. Ja, normalerweise ist das ein riesengroßes Event. Sonst gehen wir einfach nochmal weiter hier die Karte lang und irgendwann wird das ja mal nicht umkämpft sein. Genau, ich habe hier die große Karten-Chat habe ich offen und da werden ja immer die Wegenmarken gepostet, die sich gerade ablaufen. Ah, okay. Dann können wir hier eigentlich wieder raus und nördlich weiter. Genau. Jetzt ist da anscheinend auf der Karte erstmal ganz viel nichts, bis dann irgendwann wieder eine Sehenswürdigkeit kommt. Du blöde Axt. Jetzt hörst du mal auf, mir hinterher zu laufen. Das ist er. Das ist er. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich habe gerade nachgeguckt. Ähm, die... Die Wegenmarken haben sie jetzt gepostet, also das war vor... Was ist die Uhr jetzt? Vor 15 Minuten eigentlich müsste die jetzt Event losgehen. Deswegen... Also Event, also Freikämpfen. Ja. Ja, dass nicht so viel los ist auf der Karte. Na, werden wir sehen. Aber dass hier nicht genug Leute zum... Die Branden da sind. Obwohl, da oben sind ja welche. Mhm. Sorgt dafür, dass Füter Jonas Totenlauf die Kathedrale der Stille erreicht. Oh, guck mal hier. Das geht doch los. Oh, guck mal. Das hier ist es doch. So, und den müssen wir jetzt beschützen. Also, ab dafür. Schauen wir mal, was wir hier ausrichten können. Hahaha. �q. gì Ich hatte keinen Fall. Guesteht eine. Aber ich verstehe bei Leuten, was wir nicht mehr nachgut pi Hm. Oh. Vil du das? Oh. J precedNIEР! Du bist in der Ditte. Okay, er läuft weiter. Da ist der nächste Kloß. Oh, der ging aber auch schnell vorbei. Oh, da war kein Witterrand dabei. Gute Leimvieh. Ja. Sehr schön. Oh. Hehehe. Ich frage mich, wenn der kein Leben mehr hat, ob man den tatsächlich dann auch nochmal wiederbeleben kann. Zumindest scheint er hin und wieder ein bisschen Leben zu kriegen. Wahrscheinlich durch Heilfähigkeiten oder so. Ja, und Leute, die Aufnahme wird dadurch jetzt noch ein bisschen länger. Wir machen hier jetzt keinen Cut dazwischen. Bei je nach tiefsten Kampf. Da machen wir mal einen kurzen Cut, bevor die nächste Folge anfängt. Bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.